Herzlich willkommen zurück zu Metro 2033. Wir sind hier auf dem Markt und suchen Filter. Was ist das? Was ist das denn? Keine Ahnung. Das sagt er mir nicht. Na du? Alles klar, gut. Eine Wache? Okay, die läuft einfach durch mich durch. Hallo? Ah, hier. Ich will keine Patronen, ich will einen Filter. Dynamit, Dynamit, Deutsch, Filter. Filter. Noch einen Filter. Medikit einmal. Die Scharfschützung wäre geil. Was ist das? Der verlängerter Lauf erhöht die Genauigkeit bei mittlerer Reichweite. Okay. Wo wollen wir mit Schalldämpfer? Mit einem Einbussen an Schusskraft. Gut. Was soll das ein Scherz sein? Sie haben genau die... Wie auch immer. Ich hätte gern die Sniper. Verkauf und Ankauf. Das ist ja ein Wucher hier. Alles klar, ich hab's. Hey Mama, lass uns deine Ratte kassen. Sei Stiefgarten. Ich habe erst letzte Woche eine gekauft. Bitte Mama, ich spiele mal. Hm. Wo ist er denn jetzt hin, unser Typ? Hö? Der ist weg. Da ist er. Alles klar, auf geht's. Schauen wir mal. Gehen Sie zu Kulissen. Was? 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 Was war das? Was hat mir denn jetzt Auer gemacht? So. Ist Feuer. Da. Ich kann nicht gerne schießen, schade. Komm schon. Komm schon, Lauf. Viel Glück, Leute. Wir müssen hier weg. Urban, Lauf. Du brauchst anhalten. Urban, anhalten. Schnapp sie euch. Bewegung, Junge. Alles klar. Ab ans Tageslicht. Tote Stadt. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt. Grundste Börben. Willkommen zu Hause. Adieu. Wofür habe ich jetzt Zeit? 15 Minuten? Nee. 10 Minuten. Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker. Diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suche nach Schrott. Nun. Alles, was sie ausgraben können. Wow. Alter. Hat mich das jetzt erschrocken. Alter Vater. Boah. Hat mich das erschrocken jetzt. Das Mistvieh. Da unten läuft dieses Mistvieh. Wir sind hier. Ah, in vier. Den können wir bestimmen. Und wir brauchen. Ein bisschen Lohn. Klasse. Boah. Hab ich mich erschrocken, Alter. Bereit? Gehen wir. Wir können gerne. Gucken wir, was die Zeit sagt. Ja, der Arm noch. Auf geht's. Los. Ich kann hier nicht öffnen. Ja, komm. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK wie versprochen. Okay, alles klar. Alter, sieht schon krass aus. Ist doch noch was geblinkt. Nee. Alles klar. Bin versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann gehen wir in die nächste Spalte. Was ist das? Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Wo fliegen die denn? Ich hab doch gerade einen Schatten gesehen, was... Irgendwo fliegen ist viel. Okay. Ja, ich würd gern den Untergrund. Wow. Nein, 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 nein. Halt mir. Was ist jetzt mich verarschen? Jo. Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof. Der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger versteckt. Beeil dich. Und dies ist keine gelben Schnee. Ja, gelben Schnee. Haha. Witzig. Witzig, witzig. Wow. Holy crap. Schneebekehr. Wow. Komm ich hier rein? Hier komm ich rein. Jetzt müssen wir leise sein. Das darf uns niemand entdecken. Oh. Oh. Wo ist das viel hin? Das ist weg. So, hier haben wir... Stuff. Was? Was? Hoffentlich war das der Einzige. So, das haben wir erledigt. Wir sollten echt im Dunklen bleiben. So, hier. Was auch die Zeit. Zeit sagt. Wir haben noch ein bisschen. Nein, 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 nein. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wie hier was? Nein. Weiter hoch. Wie hier was? Hier geht es nicht weiter hoch. Was? Was war das? Bitte, etwas geht jetzt hier ab. Der Stuhl leuchtet. Älter. Oh, oh. Ich habe ein bisschen Schiss. Nein, da bin ich nicht rein. Ich will nur wieder zu meinem Kumpel. Börben. Wo bin ich hier raus? Der hat auch ganz schön zu kämpfen. Liegt doch bestimmt wieder noch was, oder? Nix. Alter Schwede. Wie lange habe ich jetzt die Zeit? Bis zumal als 10 Minuten. Okay. Warte. Alter Vater. Ich darf mich nicht sehen. Wo muss ich eigentlich hin? Ähm. Da rein muss ich. Das ist jetzt, äh, doof. Da sind vier oben drauf. Der würde mich hundertprozentig sehen. Alter. 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 Oh, oh. Jetzt habe ich ein Problem. Na ran, komm. Na ran, komm. Woa woa woa! Woa 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 woa! Woa woa woa! Woah woa woa! wo nein 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 lass mich in Frieden komm schon Aua stirb doch wo ist das Fliegeviel hin da oben wird ist das gerade durch die Wand geflogen eigentlich sind die ganz süß ist auch die Zeit ein neuer ein Filter nicht absetzen Trottel ein bisschen weniger als 10 Minuten alles klar wow 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 nein 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 töte ihn boah puh zu lange wird es aber gemein hier ich lasse das Licht aus ich hab keinen Bock dass mich etwas sieht wo ich es sehe da hinten liegt bestimmt raus das geht hier ab alter das sind ja voll die psychospiele mein lieber Herrgesang 2 hat schon atmet oh oh was lol alter hat auf jeden fall zu viel geraucht da oben steht schon wieder so ein Vieh der haut aber ab oder ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube nicht nur Frieden wo muss ich hin da lang alles klar wie viel Zeit hab ich noch ein bisschen weniger als 10 Minuten wunderbar da Munizon super die haben wir ein bisschen Munizon und die hat auch Munizon aber wo muss ich hin hier rein nein geht es hier durch irgendwo rein nein da lang oder m hier ach da da ist die Tür offen hab ich gar nicht gesehen Deckung ist hier genau nichts Licht anmachen wow ich lass das Licht mal lieber aus irgendwo sitzt nämlich wieder ein Vieh glaub ich Alter hinten sitzt ein Vieh hinten sitzt ein Vieh hinten sitzt ein Vieh hinten sitzt ein Vieh ist gleich von hinten ist nur der tote Typ Alter ich war mir grad so derbe in die Hose oh 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 kaka oh kaka oh kaka oh kaka oh kaka ey du du bist doch eigentlich schon hot oh nein 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 komm nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben komm Atihan Alter Wir müssen da rüber, ne? Ich komme hier nicht mehr raus Ist immer ein Problem Ja, ja, tot Letzter Speicherpunkt Wo sind wir? Hier sind wir Ist klar Wir müssen gleich nochmal gegen die Viecher kämpfen Ein Thema Du hast mich von eben schon von hinten angegriffen Gibt's mir nicht Gibt's mir nicht Gibt's mir nicht Hat aber auch Zeit Jetzt habe ich viel Munition verprasst Aber weniger von der Pistole Munition So Wie viel Zeit haben wir noch? Uh, so, danke Ich brauche einen neuen Filter Na komm Wo musst du hin? Wo musst du hin? Darüber Okay, alles klar Okay Bin ich Wo muss ich hin? Darüber Okay Okay, alles klar Wow Wow Bevor wir weitermachen Mach ich hier kurz ein Part wechseln Und wir sehen uns im nächsten Part wieder Von Metro 2330 Bis dahin, macht's gut Ciao Bis dahin